Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch drei Tarotkarten und interpretieren diese für den heutigen Tag. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Als Widder bist du derzeit mit einer gewissen Unsicherheit in Bezug auf deine finanzielle Zukunft konfrontiert. Diese Sorge könnte dich dazu veranlassen, einen Spar- oder Investitionsplan zu entwickeln, um deine finanzielle Sicherheit zu erhöhen. Glücklicherweise ist die Ausrichtung der Planeten heute günstig, was bedeutet, dass jedes Vorhaben, das du unternimmst, wahrscheinlich erfolgreich sein wird. Neben der Finanzplanung könntest du auch ein leichtes Unwohlsein verspüren. Um dem entgegenzuwirken, kannst du zu ganzheitlichen Heilmethoden wie Vitaminen, Kräutern oder Yoga greifen. Diese Praktiken können dir helfen, dein körperliches und geistiges Wohlbefinden zu verjungen und dich wieder auf den Weg zu guter Gesundheit zu bringen. Deine großzügige Natur verleitet dich oft dazu, andere über dich selbst zu stellen, aber es ist wichtig, dass du deine eigene Zeit und Energie schützt. Lass dich heute von der Unbekümmertheit deiner Kindheit anstecken und konzentriere dich auf deine eigenen Bedürfnisse. Treibe Sport und suche bei Bedarf professionelle Hilfe. Genieße eine gesunde Mahlzeit, die entweder von jemand anderem zubereitet wurde oder die du in einem Bioladen kaufen kannst, der nahrhafte Optionen zum Mitnehmen anbietet. Es ist ein Tag, an dem du dir etwas gönnen und sicherstellen kannst, dass deine eigenen Bedürfnisse erfüllt werden. In deiner Karriere ist es an der Zeit, dass du ins Rampenlicht rückst. Du hast mehr Einfluss und Respekt in deinem beruflichen Umfeld, als dir vielleicht bewusst ist. Deine Ideen und Perspektiven werden von deinen Kollegen geschätzt, also zögere nicht, deine Agenda voranzutreiben. Achte darauf, dass deine Vorschläge und Projekte sichtbar sind und im Vordergrund stehen, denn sie werden wahrscheinlich wahrgenommen und führen zum Erfolg. Wenn es darum geht, Arbeit und Privatleben unter einen Hut zu bringen, vor allem in Liebesangelegenheiten, könnte dir die Entscheidung leichter fallen als erwartet. Du und dein E-Partnerin oder dein E-Neue-Erliebhaberin verspürt vielleicht den Drang, etwas Neues und Belebendes auszuprobieren. Das könnte bedeuten, dass ihr Zeit mit Freunden verbringt, neue Online-Ausstellungen erkundet oder an Aktivitäten teilnehmt, die euer Wissen und euer Bewusstsein erweitern. Nimm diese Gelegenheiten wahr, um zu wachsen und neue Kontakte zu knüpfen. In dieser Woche, in der die Sterne günstig stehen, kannst du dich auf eine unerwartete, aber sanfte Enthüllung gefasst machen. Diese subtile, aber bedeutsame Erkenntnis wird dir Klarheit und Verständnis für Aspekte deines Lebens bringen, die dir bisher vielleicht unklar waren. Sieh diese Enthüllung nicht als dramatisches Ereignis, sondern als eine stille Erkenntnis, die deine Perspektive bereichert. Lass dich von diesem neuen Wissen bei deinen Entscheidungen und Interaktionen leiten, denn das Universum offenbart seine Geheimnisse oft auf unauffällige, aber tiefgreifende Weise. Mit dem Eintritt der Sonne in den Schützen wechseln wir von der introspektiven Energie des Skorpions in den abenteuerlichen und feurigen Geistesschützen. Dieser Wechsel ermutigt dazu, Risiken einzugehen und sowohl in persönlichen als auch in öffentlichen Angelegenheiten proaktiv zu sein. Du wirst einen energetischen Schub spüren, der von dem Wunsch angetrieben wird, deinen Horizont zu erweitern, sei es durch Freundschaften, Erfahrungen oder intellektuelle Aktivitäten. Nutze diese Zeit, um neue Höhen zu erklimmen und ergreife jede Gelegenheit, die sich dir bietet. Wenn dich die ermutigenden Botschaften in unseren täglichen Horoskopen ansprechen, laden wir dich herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Durch das Abonnieren unseres Kanals verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf dem Weg zur Größe inspirieren können. Zeige deine Wertschätzung für die positive Energie, die wir in dein Leben bringen möchten, indem du einen Daumen hoch drückst. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern ermöglicht es uns auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Wir freuen uns außerdem sehr, von dir zu hören. Hinterlasse uns einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Gemeinsam können wir diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen, um die Welt mit Positivität und Liebe zu erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir drei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den heutigen Tag ein. Die Teufelskarte symbolisiert Knechtschaft, Versuchung und Materialismus. Sie steht oft für eine Situation, in der du dich durch ungesunde Anhaftungen oder Wünsche gefangen fühlst. Für den heutigen Tag legt der Teufel nahe, dass du auf alle selbst auferlegten Beschränkungen, Süchte oder Besessenheiten achten solltest, die dich vielleicht zurückhalten. Er erinnert dich daran, dich von negativen Einflüssen zu befreien und die Kontrolle über dein Leben zurückzugewinnen. Der König der Münzen ist eine Karte des finanziellen Erfolgs, der Stabilität und der verantwortungsvollen Führung. Diese Karte steht für eine Person, die praktisch, zuverlässig und geschickt im Umgang mit materiellen Ressourcen ist. Heute bedeutet der König der Münzen, dass du in der Lage bist, deine finanziellen oder materiellen Angelegenheiten praktisch und verantwortungsvoll anzugehen. Es ist ein Tag, an dem du dich auf Stabilität und solide finanzielle Entscheidungen konzentrieren solltest. Die Vier der Schwerter ist eine Karte der Ruhe, der Erholung und der Selbstreflexion. Sie deutet auf eine notwendige Pause hin, um sich zu erholen und neue Energie zu tanken. Heute ermutigt dich die Vier der Schwerter dazu, eine Pause einzulegen und vom Druck des Alltags Abstand zu nehmen. Es ist eine Zeit, in der du dich ausruhen, über deine Umstände nachdenken und neue Kraft und Klarheit gewinnen kannst, bevor du weitergehst. In ihrer Beziehung zueinander weisen diese Karten auf die Notwendigkeit eines Gleichgewichts zwischen deinem materiellen und spirituellen Wohlbefinden hin. Der Teufel warnt vor übermäßigem Materialismus und Anhaftung, während der König der Münzen die Bedeutung von praktischer finanzieller Stabilität hervorhebt. Die Vier der Schwerter unterstreicht die Notwendigkeit, eine Pause einzulegen und über deine Prioritäten und dein allgemeines Wohlbefinden nachzudenken. Achte heute auf das Gleichgewicht zwischen deinem materiellen Streben und deinem inneren Frieden. Achte auf ungesunde Anhaftungen oder Obsessionen, die deinen Fortschritt behindern könnten, und strebe nach finanzieller Stabilität und verantwortungsvollen Entscheidungen. Vergiss jedoch nicht, dir Zeit für Ruhe und Selbstreflexion zu nehmen, um deine Gesundheit und dein Gleichgewicht zu erhalten. Achte auf ungesunde Anhaftung. Achte auf ungesunde Anhaftung. Achte auf ungesunde Anhaftung.